So, hallo und herzlich willkommen! Zurück zu Condemned! Nach einer größeren Pause, tut mir leid, ich brauch den kleinen Moment. So für mich. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, hab ich gefunden, äh, was ich brauche, um weiterzukommen. Es war ganz banal. Guckt mal! Barz! So, machen wir mal das Foto. Barz' Departement Store? Just a minute. 645 Burnside. Went out of business 14 years ago. The Squatters Group took it over almost immediately, and now it's not what you would call prime shopping territory. Makes sense the Matchmaker would be there, a good source of mannequin parts. But then what's all this here? An outpost? A second shop? I should probably go down there. Yeah, just don't get carried away. Shit, the cops don't even drive down Burnside unless they have to. It's a nasty area filled with nasty people. And the people down there are different. They go beyond nasty. Stand clear of platform. Stand clear of platform. Metro Station Daily Rons are now beginning for Tuesday. Route 6 to 12th Avenue. Route 9 to New recovery. Route 16 to Burnside. Arriving platform 16. Do not hold train doors. Thomas, Route 16 to Burnside. That train will take you directly to the department store. If I hurry, I'll just make it. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Holy moly. Ich muss leiser sein. Ich hätte mich fast überrascht. Puh, so. Wo geht's jetzt hier raus? Die Türen sind alle zu. Lass die mich raus. Raus. Da. Da, wie auch noch mal wieder raus? Ah, okay. Oben jetzt kommt bestimmt Schockermoment. Oh, moin. Bist du dumm? Ole, du entkommst mir nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass du das vorhast. Du willst mich nur erschrecken, brauchst mir jetzt direkt einen ins Gesicht. Was wenden wir? Komm, komm, zeig's mir. Ich hab nur ein verkacktes Rohr. Ja, komm schon. Schlampe. Kriegst noch einen ins Gesicht. Die und dann ist... Alter, was wirst du denn? Ich sollte übrigens, ähm, es wurde schon geschrieben, von einem Typen, also, es wurde mir geschrieben, dass man, wenn die so knien und sowas, kann man finishen. Wusste ich nicht, hab ich gerade eben gesehen, mit den einzelnen Zeilentasten. Man kann Ram wichsen, pinkeln, alles mögliche. Ganz vieles und noch viel mehr. Ähm, nom nom nom. Hallo. Äh, äh. Hallo. Oh, er schießt euch. Okay. Oh, das kleine Rohr, da bleib ich dabei. Ich will schließen. Die haben Kugeln, das behackt mich auch. Das klingt nach der Achse, Mann. Ich hab auch auf Achsen, Männer. Ich warte. Oh. Ich bin so neugierig. Ach, komm, Leute. So schlimm kann es doch nicht werden. Das ist ja bloß ein Achsen, Mann. Aber, ich hab dazu gelernt. Wie die wichtig ist, nämlich die Scheiße tödlich. Und wie die wichtig. Ich hab dazu gelernt. Ihr seht, wie tödlich der ist? Na, egal. Komm, Willy, bald. Komm, Willy, bald. Warum sind die so hart? Leute, was? Hab ich irgendwie auf schwer gestellt oder so? Die sind knüppelhart. Ich hab geblockt. Warum blockt der nicht mehr? Ja, komm, drück doch nicht. Oh nein, komm. Hau mich. Ich drück die Taste. Rechtsklick ist ja Block, ne? Und ich drück Rechtsklick. Er macht nichts. Jetzt wollte ich schon wieder auf der League of Legends-Steuerung gehen. Die Kuwee und so. Ja, ist klar. Komm, töte mich. Wie soll man den blocken? Ich check's nicht. Ich peile es nicht. Ich peile es ganz ehrlich nicht. Es schockt mich jetzt auch nicht, aber... Block halt nicht. Ja, töte mich wieder. Komm her. Ja, komm, gib mir. Ja. Das Spiel redet mich grad auf. Weißt du... Erstens. Ich muss noch kurz was sagen. Ich hab das Spiel... ...hoch gespielt. Ich musste... ...vom Ende des ersten Levels bis hierhin nochmal spielen, weil mein Spielstand kaputt war. Und es schockte mich nicht, ne? Das mal am Rande. So, nur die Tante im Schrank hab ich nochmal erschreckt, ganz ehrlich, weil ich nicht mehr dran gedacht hab. Ähm... Aber dieser Kerl hier zum Beispiel, das ist... ...hä... ...einfach nicht viel. Jetzt kriegt er... ...Rabbeln. Barm, Digga. So, das sind die Finisher. Jetzt haben wir einen Vorschlaghammer und... ...tun mir leid, Leute, aber... ...den Wichser will ich nicht nochmal begegnen, da speichern. Und der ist niemals tot. Doch, der ist tot. Fertig. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht... ...da liegt mir kein Überflug dafür. Oh, natürlich ist die leer. Natürlich ist die leer. Komm, Kletter. Ich hab das Gefühl, hier war ich schon. So. Gefühl. Oh. Schockermoment. Ich fahr hier doch schon mal. Wachst. What the fuck? Ich fahr hier doch schon mal. Ich geh noch grad zurück. Okay. Ja. Ich geh ganz eindrücklich zurück. Mach's dir mir leid, Leute. Ich weiß nicht, wo die langen muss. Muss ich zurücklaufen? Ich hab keine Ahnung. Von da komm ich gerade. Geht's da weiter? So. Und die Framerate bricht wieder ein. Ole, ole. Können wir sagen, woran das liegt, dass auf einmal mit einem Schlag meine Framerate einbricht? Wie geht denn das lang? Wie geht denn das lang? Das kann's doch echt nicht sein. Geh mir noch mal zu. Da bin ich nämlich nicht langlaufen. Da komm ich nicht durch. Dampfboot. Nicht mit mir, Freund. Komm, 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 Willi. Du bist tot, mein Freund. Willst du mir denn mit so einem kleinen Dampfröhrchen? Kannst mir gar nichts los. Der Feuerwachs ist gefährlich. Und vor allen Dingen, die ist bestimmt nicht. Das ist eine meiner Lieblingsfahrten. Oh. Komm irgendwie bekannt vor, ne? Von da komm ich wieder. Oh, Mann. Leute, ich komm nicht weiter. Sauerei. Ich speichere mal und gehe da mal durch. Können wir irgendjemand erklären? Versucht mal selber rauszufinden. Ich weiß, ich hab keine Ahnung warum. Aber aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, habe ich Frame-Einbrüche. Oh, ja, es tut weh. Aua. Okay, hier muss irgendwo eine Rohrleitung sein. Was passiert, wenn ich da ein Rohr rausnehme? Natürlich keine Ahnung. Aber so von der Logik wüsste das eigentlich. Von da unten kam ich richtig. Ja, da unten geht es nicht. Da unten ist nichts. Schauen wir mal meine Umgebung genauer an. Wir müssen irgendwo so einen Regler haben, mit dem wir die Dampfrohre runterdrehen können oder so. Na Gott, wer will sowas? Irgendwo muss man den Dampf wieder runterdrehen, den Stil. Das sieht so rot aus, so richtig. Oh Leute, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Okay, gehe ich mal so gut. Ach, Mann. Gib mir Tipps. Ich, ich, ich. Ich steige hier gerade nicht durch, finde ich. Gehen Sie durch die Tür. Was? Was? Okay. Fünf von sechs Filmen gefunden. Äh, nur von drei Metallstücken. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Bronze Abzeichnung ist auch okay. Lieblingswaffe rausschmeißen. Okay. Trefferkote ist okay. Anzeige Tüterfein ist auch okay. Äh, Nahkampf. Ähm, Trefferkote ist auch okay. Äh, ich nehme erst 50 Minuten auf. Ähm. Kabil wiederholen, ja. Ja. Die Vögel werden von bestimmten Orten angezogen und sterben, wenn sie dort angekommen sind. Offenbar werden sie von einer Kraft eingelogt, die ihr gierende Implu... Oh. Ihr. Es ist unklar, ob Menschen von der Kraft betroffen sind. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen den Verbrechern in geplanten Gebieten und den Orten, an denen die Vögel sterben. Vielleicht ein Virus? Katzi. Ja. Thomas, es ist Ferrell. Running from the Bureau will do no good. You know we'll find you eventually. Look, I understand. The caseload became too much. You weren't solving cases like you used to. You're talented, high-strung. You snapped. It happens sometimes. Look, I did not snap. Someone else killed those policemen. It looks like it might have been the matchmaker. With your gun? That seems unlikely, doesn't it? We have psychiatric staff that can help you sort things out. With all due respect, I don't need a shrink. Maybe I have gone crazy. Look, Ferrell. This isn't Ferrell. It's Malcolm Van Horn. Has your boss been bothering you? Yes. To be expected. They're not going to let this drop. You must continue with your investigation. Do you understand? Do you understand? Yes. I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on? You're being investigated by the FBI for the murder of two police officers. That's what's going on. You will be tested, Thomas. Of that you can be sure. I must go. Leute, ich habe gerade tierische Angst. Ich habe gerade richtig Angst, dass hinter mir gerade was ist. Ähm, ganz kurz. Eine gewisse Lynn. Ne, Lynn? Hat mir gesagt, dass das Spiel erst mit dem Kaufhaus richtig gruselig wird. Jetzt sind wir im Kaufhaus. Und diese Kanzi davor hat mich auch nicht gerade fröhlich gestimmt. Und deswegen, ich werde jetzt weiterspielen, aber ich mache einen Schnitt und wir sehen uns morgen, meine lieben Schnupzi-Pups. Ich bin ein Arsch. Aber, ich werde jetzt öfter wiederholen. Tut mir leid, diese vier, fünf, sechs Tage waren das mittlerweile schon, äh, Pause. Äh, weil ich brauchte ein bisschen Luft zum Atmen und so. Und, äh, Condemt musste ich wieder nachspielen und, ja. Egal. Es wird demnächst auch wieder eins meiner angefangenen Projekte weitergehen. Ganz kurz. Alle anderen, die jetzt, äh, das nicht interessiert, können wegklicken. Schönen Abend. Ähm. Es werden wieder ältere Projekte kommen, angebrochene. Und die werden auch wieder beendet. Ich werde erstmal alles abarbeiten, bevor ich neue Projekte mache. Ähm, die werden quasi wie neue Projekte von mir behandelt. Ihr könnt euch auch viel Spaß mit einer sehr lustigen Dame freuen. Ich freue mich da schon voll drauf. Sie hat gesagt, wir spielen morgen. Ich freue mich drauf. Äh. Hast mich, glaube ich, auch abonniert, ne? Egal. Ähm. Ich wünsche euch. Das war's auch schon. Viel Spaß. Schönen Abend. Euer Lenny. Over and out. Kling.